Ein ganz besonderes Highlight, was man bei uns in der Neurothinsakademie machen kann, ist die Ausbildung zum Entspannungstrainer, zur Entspannungstrainerin und das ist sehr zeitgemäß. Ganz viele Leute in unserer schnelllebigen Zeit haben Thema mit Stress und sparen gerade bei den Entspannungseinheiten. Dabei ist das so wichtig, dass wir uns auch zurücknehmen, uns zur Ruhe kommen und unsere Batterien wieder aufladen. Wir alle unterliegen diesen zwei Polen von Aktivität und Passivität, Tag und Nacht, Winter und Sommer und so weiter. Sehr oft kommt das in unserer Zeit heute zu kurz und genau da setzt unsere Ausbildung auch an. Diese Ausbildung steht auf zwei Säulen. Die lernt tatsächlich Entspannungsübungen anzuleiten, das zu führen. Man lernt die Hintergründe der Entspannung, wie funktioniert das überhaupt, was sind die Ursachen von Stress und von Burnout und so weiter. Und das befähigt einem dann selbstständig solche Seminare anzubieten oder sich auch wirklich als Entspannungstrainerin oder Entspannungstrainer zu positionieren. Der zweite große Teil dieser Ausbildung, das ist sehr viel Selbsterfahrung. Wir machen hier ein umfassendes Trainingsprogramm sozusagen. Wir machen viele Meditationen. Dadurch kommt man sich selbst näher. Wir schaffen Klarheit im Bewusstsein, im Geist. Wir verbinden das Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein. Das heißt, man lernt sich selber besser kennen. Man weiß besser, wer man ist und in welche Richtung es im Leben gehen soll. Und dann gibt es noch andere Themen, die wir machen. Zum Beispiel das Trance-Tanzen, wo wir anderthalb Stunden mit sehr lauter und ganz toller Musik intensiv tanzen. Wir tanzen uns sozusagen frei. Und dann gibt es auch noch das transzendente Atmen, wo wir über einen längeren Zeitraum, ungefähr eine Stunde, ganz intensiver Atmen auch begleitet von Musik. Und hier werden Blockaden gelöst. Man hat das Gefühl, man reinigt sich. Alte innere Fesseln werden gelöst. Das heißt, man wird ein neuer Mensch. Es hält mich dann nichts mehr. Ich bin frei und ich kann dann wirklich mein Leben gestalten, weil ich auch einen besseren Blick habe darauf. Das heißt, eine intensive Persönlichkeitsentwicklung passiert ja auch in dieser Entspannungstrainer-Ausbildung. Es gibt noch umfassende Informationen dazu auf unserer Website. Schau gerne vorbei. Neuerat uns.com. Ciao.